Oh, vor allen Dingen, was war das wieder für ein Dänisches? Ja, ich werd von Hund angegriffen, tot, kommt gleich ein neuer Hund an. Dann wird Pifol angegriffen, ich schieß den ab, kommt noch ein Hund an, um den kommt ein Auto angefahren und fährt Pifol um, und Pifel fährt sich voll weg. Komm schon, das war einfach wieder zu viel des Guten, ja. Yo Leute, wir machen ein Gewinnspiel, denn wir haben paar Monate oder so gekriegt. Und naja, jedenfalls zu Weihnachten oder so ähnlich gab es mal so eine Seite namens HumbleBumble und da hat man so mal Spiele für. Jetzt erklär doch nicht alles. Ach egal, steht in der Beschreibung. Gewinnspiel, jedenfalls könnt ihr was gewinnen. Gewinnen.